Moin Moin und damit Willkommen zu einer weiteren Rezension. Es soll heute gehen um Zeichen der Macht Donnerwacht 1 von Ulysses, die jetzt eine weitere DSA-Kampagne aufgesetzt haben. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass euch die Rezension zu The Landers 11 gefallen hat, so wie ich das angegangen bin. Und dementsprechend soll ich jetzt nachlegen, das sei hiermit getan. Spoiler-Warnung für die Spieler und die Spielleiter dürfen weitergucken. Spoiler-Alarm! Ja, wir befinden uns jetzt auf Seite 8 und 9, also so ein bisschen am Anfang des Abenteuers, nicht die ersten Seiten. Ganz vorne findet ihr noch Karten und Handouts und ein Inhaltsverzeichnis. Ja, aber wenn ich euch jetzt sowieso den Inhalt dieses Abenteuers präsentiere, dann braucht ihr auch kein Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite könnt ihr euch nochmal angucken, für wen dieses Abenteuer überhaupt geeignet ist. Und da kann ich dann auch später noch was zu sagen. Ich würde nämlich noch ein paar Punkte leicht verändern, aber dazu später. Ja, Donnermark, wir befinden uns irgendwo bei Lohwang in der Nähe und hier soll es erstmal darum gehen, wie kommen die Helden hier hin. Da sind vier Vorschläge von der Redaktion unterbreitet. Zwei davon finde ich nicht ganz so gut. Zwei finde ich umso besser. Ich bin nicht so der Freund von Visionen. Also wenn ein Held eine Vision bekommt nach dem Motto, geh mal zu Ort XY und dort warten heroische Aufgaben auf dich. Ich finde das immer ein bisschen schwach. Das mag in der G7 funktionieren, wenn es wirklich um Götter umwälzende Dinge geht. Aber ja gut, es handelt sich hierbei um eine Kampagne, die auch mehrteilig ist. Ob das so sehr umwälzend ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was im zweiten Buch steht. Es wird auch nichts angedeutet. Gut, also ich würde vorschlagen, dass man doch einen ganz normalen Geweihten begleitet mit ein paar Siedlern, die hier oben sich jetzt ausbreiten wollen. Wird hier auch vorgeschlagen, wie gesagt. Und ja, benutzt das. Ja, sind sie angekommen, die Helden? Da müsste man sich noch ein bisschen überlegen, wie diese Reise aussieht. Wird in diesem Buch nicht thematisiert. Ist auch erstmal nicht wichtig für dieses Abenteuer. Aber wenn sie dann angekommen sind beim Ziel oder bei der Bestimmung, bei dem Bestimmungsort, dann werden sie gleich von einem Ritter in Empfang genommen. Das ist ein ganz cooler Typ. Der macht auf alle Fälle Spaß, den zu erleben oder den zu spielen, zu spielleiten. Und der schickt die Helden dann gleich weiter und gibt ihr den nächsten Auftrag nach dem Motto, ich habe hier keine Zeit, ich kann hier nicht weg. Macht ihr das mal bitte für mich und rettet ihr mal die Dorfbevölkerung, die verschwunden ist. Die sind wohl in diese Richtung gegangen. Geht da mal nach. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, könnte man sich überlegen, ob man das so aufzieht. Aber das soll schon funktionieren. Das nehme ich dem Abenteuer nicht rum. Die Helden sollten also, wenn sie den Plot nicht sprengen wollen, diesem Ritter dann Folge leisten und dahin gehen. Ja, was sehen sie? Sie sehen Orks, die gegen Harpion kämpfen. Und sie könnten sich für eine Seite entscheiden. Ich weiß nicht, ob es so sinnig ist, für Orks zu kämpfen. Ich habe bisher auch keine guten Erfahrungen gemacht mit Harpion, aber auf alle Fälle geht dieser Kampf unentschieden aus. Die Orks haben Schnauze voll und die Harpion ziehen sich zurück. Die Helden bekommen dann auf alle Fälle, ja, subtil den Hinweis, geht doch mal in diese Höhle. Vielleicht sind diese Leute doch da drin. Das ist auch der Fall. Man kann dann in dieser Höhle die Siedler befreien und sich sehr heldenhaft fühlen. Und bevor sie dann wieder gemeinsam fliehen, werden sie von den Harpion entdeckt. Die sind dann allerdings auch intelligent und gar nicht so, naja, dämlich waren Harpion eigentlich nie. Immer irgendwelche Vogelfrauen, die am Wegesrand sitzen und Fragen stellen und fiese Dinge machen, wie mit einem verfaulten Apfel werfen oder so. Aber das waren jetzt nie wirklich arg böse Wesen, sondern eher hinterhältig, sag ich mal, die Nerven mehr, als dass sie Menschen umbringen. Aber gut. Diese Harpion entdecken die Helden, kurz bevor sie dann aus der Höhle rausfliegen können. Es gibt dann ein kurzes Intermezzo mit der Königin der Harpion. Die hat ein etwas höheres Bewusstseinslevel erreicht. Wie es dazu kommt, möchte ich an der Stelle nicht spoilern, auch den Spielleiter nicht. Wenn euch das also interessiert, warum diese Königin der Harpion jetzt auftaucht und was das für eine Geschichte ist, lest euch das Abenteuer durch. Den ersten Teil finde ich an sich ziemlich gut gemacht. Da kann man wenig dran aussetzen, sehr solide. Ob das dann für eine große Kampagne reicht, weiß ich nicht. Ob sich das dann mit den Theaterrittern messen kann, für die Zukunft zeigen. Wie gesagt, ich kenne den zweiten Teil des Buches nicht, beziehungsweise das zweite Buch nicht, Donnerwacht 2. Ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht erschienen, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Ja, dann bekommen sie, nachdem sie die Siedler gerettet haben, einen weiteren Auftrag von der Königin. Da haben sie dann noch so einen geheimen Raum aufgemacht und sie sollen jetzt herausfinden, was es mit diesem Raum auf sich hat. Dazu sind Nachforschungen nötig. Das heißt, die Helden dürfen die Siedler wieder zurückbringen und ein bisschen in Richtung Süden laufen. In Lohrwangen gibt es eine Bibliothek oder Bibliothek kennen mehrere, bei denen sie sich umhören können. Und vielleicht finden sie wohl etwas heraus, wie es in dieser kleinen Höhle dann wohl zugegangen ist. Und das ist zumindest der Auftrag, den sie bekommen, die Helden von der Harpienkönigin. Findet doch mal heraus, was da passiert ist. Das ist der zweite Teil, wie gesagt, in Lohrwangen. Ich finde den Teil an sich, so wie er ist, ganz gut. Ein bisschen gesellschaftlich, ihr könnt es dann auch auf der rechten Seite wieder sehen. Rechercheplot, der kann ein bisschen ausgestaltet werden vom Spielleiter. Den sollte man nicht einfach so runterleiten. Da steht dann auch drin, das könnte dann mehrere Tage dauern. Nehmt euch die Zeit, bleibt ein bisschen in Lohrwangen. Ich mag die Stadt überhaupt nicht, aber bleibt da. Dann einfach sagen, okay, vier Tage später, fünf Tage später, ihr habt jetzt die Ergebnisse, los geht's. Ist halt auch so ein bisschen mau. Aber jetzt neben den Recherchesachen ist wenig vorgestellt von dieser Stadt. Das heißt, man müsste sich ein Regionalmann schnappen und gucken, was kann denn Lohrwangen. Also da müsste man das Ganze nochmal ausschmücken. Sollte man tun. Ja, die Orks, die aus Kapitel 1 den Helden begegnet sind, die sind nicht irgendwie da hingekommen. Die haben auch einen Hintergrund. Und die verfolgen die Helden. Das tun die. Und ich muss sagen, wow, an dieser Stelle, also das Abenteuer wird nicht schlechter. Nur weil diese Orks komische Pläne haben, streicht auf alle Fälle den Händler. Wenn ihr das Abenteuer lest, ihr werdet den Händler finden, streicht den komplett raus. Bringt an der Stelle, wo der Händler auftaucht, bringt ihr die Schwarzmagierin. Und dann ist der Plot auch irgendwie sinnvoller. Weil so mit diesem Klammburgs, was da gemacht wird, also das macht das Abenteuer nicht schlechter, aber streicht es einfach. Dann ist es wieder, ja, soll weitergehen. Ich zeige euch einfach mal eine andere Seite. Ich hatte mir hier noch die Seite, so, zeige eine andere Seite. Warum diese hier? Ja, weil schönes, hübsches Bild von Lohwang. Wie gesagt, ich mag die Stadt nicht, aber das Bild ist cool. Und das auf der rechten Seite mit der Schwarzmagierin auch. Wie gesagt, streicht den Händler komplett raus, nimmt die Schwarzmagierin rein, dann ergibt das alles sehr viel mehr Sinn. Und wenn sie hier in Lohwang einen schönen Rechercheplot hatten, mit vielen Möglichkeiten zum Abzweigen, die alle in eine gleiche Richtung führen, dann geht es wieder weiter und sie reisen in Richtung der Elfen, um dort die Harpchen mit den Elfen zu verbinden, sage ich jetzt einfach mal so. Die Orks immer noch auf der Spur. Ja, da geht es dann wieder in Richtung Wildnesszenario. Es macht also auch auf alle Fälle Sinn, einen Jägersmann mitzunehmen. Natürlich daneben jemandem, der auch Recherchearbeit leisten kann, also Hesindegewalter oder Magier. Irgendjemand, der da Spaß daran hat. Und wenn sie bei den Elfen sind, da gibt es dann auch wieder so ein paar schöne Tabellen, auf denen man würfeln könnte, um das angenehm zu machen. Ich finde aber, wenn man das zu stark fokussiert, wie es in diesem Buch angeraten wird oder vorgeschlagen wird, ist das zu heftig. Also ich weiß nicht, wenn ich 20 Pfeile in den Bauch kriege von Elfen, die ich nicht sehen kann, die ich irgendwo auf den Baumwürfeln sehe und das soll als Warnung gelten, dann würde ich diese Warnung so ein bisschen ernst nehmen. Und dann weiß ich nicht, warum die Spieler mit ihren Helden wirklich noch in diese Richtung wollen. Das ist ein subtiles Zeichen zum Umdrehen. Und ich verstehe nicht, wie man nach so einem Abenteuervorschlag dann auch noch weiterzieht. Also da weiß ich nicht, ob dieses Abenteuer irgendwie getestet worden ist. Also Spiel mal so auf einer Convention gespielleitet oder für so eine Tischrunde. Spätestens an dieser Stelle wird doch jeder normale Spieler umgedreht sein. Da läuft man doch nicht weiter. Ja, Tipp an dieser Stelle von mir, an euch. Ihr könnt das natürlich so leiten, wie es da drin steht. Ich rate aber nicht dazu, denn die Spieler oder die Charaktere werden einfach umdrehen. Gut, sollte dieses Wildnesszenario im Wald dann überwunden sein, dann kommt es zu einer Szene in einer Elfenruine, in einer Harpionruine, sage ich jetzt einfach mal so. Zumindest kommen die Harpion dann, die über den Wald übergeflogen sind, kommt dann auch wieder dazu. Und die Orks kommen. Also hier treffen jetzt dann mehrere Gewalten, mehrere Parteien aufeinander. Die Helden mittendrin. Und die Idee ist richtig gut. Die Umsetzung ist meines Erachtens nach etwas schwach. Aber da kann man richtig viel draus machen. Nehmt euch da unbedingt Zeit und dann ist das ein richtig schöner Abend. Ja, arbeitet auch wieder mit dem Spielplan, so wie ihr es bei mir kennt. Und dann kann das eigentlich nur gut werden. Das Ende des Abenteuers selber, wie gesagt, es ist so ein halber Cliffhanger. Es wird zwar noch was aufgelöst mit den alten Geheimnissen, mit diesen Mysterien, wie es hier auf der rechten Seite steht. Aber wie es dann genau im zweiten Teil weitergeht, lässt sich nur erahnen. Es lässt sich erahnen, dass es unglaublich episch wird. Und ich hatte auch im Livestream ja schon gesagt, dass es so leichte Tendenzen hat in Richtung G7. Also natürlich nicht so ein Borberat, aber vom Powerlevel her könnte es ziemlich cool werden. Also das kann sich dann auch mit fliegenden Drachenreitern messen, die Korn namenlos taufen, abhalten. Ja, schauen wir mal, was das zweite Buch wird. Ich würde mich freuen, wenn es dazu dann auch Testspielrunden gibt. Und da dann seltsame Vorschläge rausgestrichen werden, die einfach over the top sind. Also wenn das jemand sieht, der Händler ist einfach absolut daneben. Der hat überhaupt keinen Sinn und Zweck. Dann die Elfen sind ein bisschen vom Powerlevel zu krass. Das Powerlevel müssen wir sowieso gleich nochmal besprechen, was hier steht. Erfahren bis kompetent. Erfahrung der Helden, könnt ihr recht sehen. Ich finde, man muss hier wirklich kampfstarke, bärenkampfstarke Monster anschleppen. Denn es wird in diesem Abenteuer viel gekämpft. Ich muss sagen, es ist aber noch zu wenig, wenn man in dieser Region spielt mit Orks, mit Elfen, mit Harpion. Da muss man noch mehr kämpfen, weil es ist nicht damit getan, dass man durch oder Anlobungen vorbeireist, hin und her. Und Hekmick belagert von Orks und dann kommt es nur zu zwei oder drei Kämpfen. Das ist in meinen Augen zu wenig. Das heißt, alle Helden müssen irgendwie kämpfen können, die ihr bringt. Sonst wird euch das sehr schnell sehr langweilig werden, wenn ihr dann da eine Stunde daneben sitzt und ihr habt dann nur Dolche-Wert auf zwei oder drei. Und könnt euch dann einfach die Kämpfe überlang nicht verteidigen, nicht wehren. Und dann sitzt irgendwie ein Rondrianer oder ein Krieger neben euch, der dann Werte von jenseits so gut und böse hat. Das wird euch keinen Spaß machen, wenn ihr wie gesagt eine Stunde daneben sitzt. Also bringt kampfstarke Helden mit, die sich verteidigen können und das nicht nur mit Zaubern. Wenn die ASP leer sind, dann habt ihr halt ein Problem. Das ist ungut. Also irgendwie sollte irgendjemand kämpfen können. Ja, wie gesagt, ein Jäger, ein Mensch, der für Recherche zuständig ist. Sowas wie ein Geweihter oder ein Magier. Und ansonsten ist das Abenteuer ganz solide gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das jetzt so leicht zerrissen, so die eine oder andere Kritik, die ich hatte. Aber das ist aber nichts, was das Abenteuer schlecht macht. Ich bin gespannt. Ich lese mir auch gerne die Donnerwacht 2 durch. Meinetwegen gerne auch wieder auf diesem Kanal. Wenn das Abenteuer dann gut ist, dann guckt mir das auch gerne an und kann dann auch die komplette Kampagne rezensieren, ob sich das lohnt. Aktuell muss ich sagen, man kann dieses Abenteuer auch ohne Kampagne spielen. Man muss ein bisschen Arbeit reinstecken. Also der Spielleiter zumindest, die Spiele nicht so sehr. Die Spiele müssen sich einfach entspannen. Der Spielleiter muss, wie gesagt, ein bisschen Arbeit reinstecken. Einmal den Dovang, dann muss er ein bisschen was rauskürzen. Dann muss er sich überlegen, wie er die Helden von A nach B bringt. Denn mit einer Vision ist das in meinen Augen nicht getan. Dann darf er die Geschütze nicht zu weit auffahren und mit 40.000 Pfeilen anfangen von Elfen. Das ist echt ein Problem. Okay, aber das Endszenario ist in meinen Augen gut gelöst. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist dann noch ein Tipp zum Vergehen von Zeit, ist noch angegeben. Das heißt, wenn sich die Helden beeilen, dann ist es einfacher. Das heißt aber auch, wenn sich die Helden beeilen, dass sie sowieso wissen, was sie tun. Wenn die Helden nicht wissen, was sie tun und irgendwie auf dem Schlauch stehen, dann wird das Abenteuer umso schwerer, finde ich. An sich ist es logisch. Aber wenn die Spieler sowieso schon bewiesen haben, dass sie mit dem Abenteuer überfordert sind, warum macht man es ihnen noch mal schwerer? Das ist so ein bisschen das, was mich verwundert hat, als ich das gelesen habe. Wenn Helden bewiesen haben oder wenn Spieler bewiesen haben, dass sie mit diesem Abenteuer überfordert sind, dann macht man es ihnen noch schwerer? Ernsthaft? Na gut. Also, ihr habt das Abenteuer, wie gesagt, ein bisschen zerrissen. Schaut euch einfach an, was so meine Bewertung ist und macht euch ein eigenes Bild davon. Und dann könnt ihr mir gerne unter die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht oder ob ich hier mit meiner Rezension, mit meiner Kritik ins Klo gegriffen habe. So, für mich ganz wichtig, Modularität. Ich mag das immer ganz gerne, wenn ich das in der Zeit verschieben kann, wenn ich das in den Orten verschieben kann. Zeit, 1040, das ist egal. Also, wann ihr spielt, das kann man auch fünf Jahre früher oder fünf Jahre später spielen. Meiner Meinung nach auch zehn Jahre. Es ist quasi ziemlich egal. Es geht nur darum, dass Lohwang von Orks überrannt worden ist. Und das passiert jetzt schon relativ frühzeitig in der DSA-Welt. Also, irgendwann danach. Das ist sehr verschiebbar. Ort auf keinen Fall. Ort muss an dieser Stelle bleiben. Und was ich bei Zelandus Eleven ganz toll fand, war, dass man es, da hat nämlich Trollstolch drauf aufmerksam gemacht. Man kann es nicht nur in Abiturien verschieben, sondern man kann es auch in andere Systeme und Genres verschieben. Das heißt, Zelandus Eleven funktioniert sogar in Shadowrun, sag ich mal. Es funktioniert sicherlich auch bei Cthulhu oder so. Vielleicht nicht mit dem Maß an Magie, aber an sich könnte man es in andere Systeme verschieben. Das geht hier auch bei diesem Abenteuer nicht. Also, Modularität gebe ich hier nur zwei von vier Punkten. Denn, ja, es ist an diesem Ort fest und es macht nirgendwo anders Sinn. Man kann allerdings die Einstiege frei wählen und das ist eben ganz schön. Ich bleibe trotzdem bei den zwei von vier Punkten für die Modularität. Ja, lebt damit. Für den Anspruch für die Spieler, vier von vier Punkte. Das Abenteuer ist für Spieler recht simpel. Es ist immer vorgegeben, was jetzt der nächste Schritt sein könnte. Man kann da auch wenig falsch machen. Die Helden können natürlich versagen mit ihren Würfelproben, aber die Spieler werden auf alle Fälle wissen, was getan wird und hängen da nicht in der Luft. Also, ja, Spieleranspruch ist in meinen Augen nicht mittel. Das ist ein leichtes Abenteuer. Das kann man auch mit kompletten Leuten spielen, finde ich zumindest. Komplexität für den Spielleiter, für den Meister ist hier mit mittel angegeben. Ja, stimmt. Ich habe ja gesagt, man müsste hier noch ein bisschen was verändern. Die Sachen sind aber in meinen Augen sehr offensichtlich, was man hier verändern sollte, was man machen muss. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen zum Vorbereiten dieses Abenteuers habt, dann kommt gerne auch auf mich zu. Ich kann euch da noch ein paar Tipps geben, aber nur weil hier Sachen im Abenteuer drinstehen, die man nicht so reinnehmen sollte, wird der Schwierigkeitsgrad für den Spielleiter nicht schwerer. Also, das ist ein einfaches Abenteuer, da kann man nichts mit falsch machen. Also, weder Spieler noch der Meister. Ich hatte überlegt, ob ich vier Punkte gebe. Ich gebe aber hier nur drei Punkte. Das wird wohl dem geschuldet sein, dass man dann die Regionalbox nochmal nehmen darf, Lohwand nochmal bearbeiten und alles ein bisschen ausfüllen. Da sind zwar Sachen so angegeben, was man machen könnte, aber man kommt halt nicht drum herum. Bonuspunkte. Es handelt sich jetzt hier um eine Kampagne, der erste Teil. Man kann die losgelöst von der Kampagne spielen, als Einzelabenteuer. Das geht. Die Idee selber, das Thema ist ganz cool. Man könnte sogar die Harpien weglassen und das nur mit Elfen anstatt Harpien spielen. Das wäre auch möglich, hatte ich mir überlegt. Das ist natürlich dann nicht das, was das Abenteuer selber will. Aber wenn man da jetzt keine fremden Kreaturen reinbringen will, sondern die Harpien mit Elfen austauscht, dann funktioniert das auch. Und es gibt auch noch einen Übergriff in ein anderes PDF, was bereits erschienen ist. Das ist das mit den Schwarzelfen, mit den Chakagra. Auch diese kommen ganz am Rande vor. Ganz am Rande. Aber die Verknüpfung von verschiedenen Abenteuern miteinander, unabhängig an der Kampagne, finde ich immer sehr schön gelöst. Und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Also Bonuspunkte gebe ich jetzt einfach vier von vier. Und damit haben wir dann zusammengefasst, ja, solide 13 Punkte, 13 von 16. Das Abenteuer ist gut, muss wie gesagt umgeschrieben werden, aber da kann man zugreifen, gerade bei dem Preis. Das ist völlig in Ordnung. Ich weiß nicht genau, wie lange man sowas spielen sollte. Ich kann da jetzt wenig zu sagen. Da werdet ihr sicherlich 20 Stunden oder mehr Spaß dran haben. Ja, gut, dann verabschiede ich mich für dieses Mal mit einem allerletzten Bild von euch und ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich descubre das mal. Untertitelung des ZDF, 2020